willkommen zurück zu männerlords wir werfen einen blick auf unsere frisch gepflügten felder wo momentan die aussaat stattfindet zumindest hier auf dem flachsfeld hier drüben auf dem getreidefeld ist es schon fertig angesät da wächst der weizen durch das an er weiß noch nicht wie ihm geschieht aber in ein paar monaten wird er geerntet und hier unten war da ist auch schon zumindest ein bisschen angepflügt aber da ist momentan noch nicht so viel beschäftigung hier unten also man sieht schon unsere bauern sind sehr beschäftigt aktuell und es wäre vielleicht gar nicht so schlecht wenn wir noch ein zwei hier vielleicht dazu nehmen aber wir brauchen jetzt auch noch mal familien für neue projekte die wir starten wollen ich werde mal zwei änderungen machen zum einen können wir hier oben die abbau grube entfernen wir haben ja gelernt beim letzten mal dass wir nur so üppige vorkommen von ressourcen wieder neu bestücken können das heißt auch hier oben dieses steinmetz lager kann letztendlich dann auch entfernt werden gleiches gilt für den weg hier unten er kommt weg natürlich schmeißt er gleich den ganzen weg weg soll uns aber jetzt nicht so stören hier ein bisschen eckig aus aber es sieht immer noch gut aus hier guckt euch mal hier diesen schönen Feldweg an umzäunt von Gebüsch wächst hier wachsen hier die Feldfrüchte heran wunderbar so dann haben wir hier vorne die Windbühne da sitzt noch gar niemand drin genauso wenig im Gemeinschaftsofen wobei das wahrscheinlich auch gar nicht so gut ist wenn hier jemand sitzt im Gemeinschaftsofen wir haben hier vorne noch die Umstellung geplant für die Bäckerei wenn mich die alles täuscht war das die Bäckerei oder die für die Brauerei war das hier natürlich die Brauerei damit wir dann vielleicht die Gerste irgendwann mal nutzen können um in der Taverne ein bisschen Bier anbieten zu können momentan sieht das noch sehr sehr mager aus die Taverne ist zwar gebaut aber ich glaube wir schmeißen mal hier die Leute aus der Taverne so aber es kann halt leider nichts angeboten werden außer Bier da würde ich mir auch noch wünschen dass da vielleicht ein bisschen mehr Varianz noch drin wäre ansonsten ist mir aufgefallen dass wir noch gar keinen Förster gebaut haben ein Gebäude das man vielleicht doch relativ am Anfang schon bauen kann ich habe mich jetzt entschieden dass wir vielleicht hier noch ein bisschen was ausbauen auf der Seite für diesen Durchgang zumindest ist und hier wird der Förster dann auf der Seite dann entsprechend wieder anforsten das heißt wir werden mal hier das Gebäude hier anlocken und dann werden wir aber für unseren Holzfäller momentan ist hier ja gar kein Arbeitsbereich festgelegt aber vielleicht dass wir hier gleich mal den Arbeitsbereich hier festlegen hier drüben so in der Richtung und das wird auch der Bereich den wir dann wieder gepflanzen wollen hier liegen ganz viele habe ich gesehen ganz viele Loks noch herum oder oder waren das die Setzlinge hier die so angezeigt worden sind haben immer noch 100% Zufriedenheit das ist schon ganz ordentlich 84 Leute und dann geht es jetzt wahrscheinlich in den Handel ich habe auch mal geguckt wir haben ja auch hier diese neue Region erworben ist gar nicht so einfach ach stimmt wir wollten ja noch Richtung Banditencamp hier laufen das können wir noch machen ähm wir haben ja beim letzten Mal diese Region übernommen und damit wir hier überhaupt was machen können eine neue Stadt ansiedeln können geht nicht geht das nicht einfach so indem wir einfach den Holzfäller nehmen und dann hier irgendwo platzieren das funktioniert nicht sondern wir müssen das über dieses Siedlerlager machen das Siedlerlager kostet uns 250 Goldstücke also nicht Regionsvermögen sondern hier diese Schatzkammer Goldstücke und da haben wir momentan noch gar nichts deswegen können wir hier drüben auch noch gar nicht ansiedeln aber was wir machen können ist wir können jetzt dann mal unsere Miliz rüber schicken glaube ich wollte noch warten bis die Aussaat durch ist auf den Feldern hier ist sie durch hier ist sie auch durch wir sind mittlerweile im Mai und dann wird hier die Gerste jetzt endlich mal ausgesät das heißt wir sind dann wahrscheinlich so Ende Mai fertig da sind jetzt auch ganz viele Leute unterwegs sieht ganz gut aus und wenn die Aussaat hier fertig ist dann würde ich unseren kleinen Miliztrupp vielleicht dass ich vorher noch mal ganz kurz speicher würde ich unseren kleinen Miliztrupp dann einfach mal hier nach Westen schicken so das Forsthaus ist fertig gebaut hier vorne das heißt wir setzen eine Familie rein und wir setzen einen Arbeitsbereich und dann wird das hier so unser Waldstück das immer mal wieder aufgeforstet wird weil das sehr lange dauert habe ich in einem anderen Durchgang schon gesehen ja Bäume wachsen halt nicht in einem Monat ne so ist es halt mal so wir haben Mistwetter ich hoffe hier wird nichts überschwemmt aber wir kommen ganz gut vorwärts hier guckt euch das an so und dann ist hier vorne der Wachstum ja ein Viertel ist schon durch ok also dann speichere ich nochmal ganz kurz ab es kann ja sein dass wir überhaupt nicht kämpfen müssen wir haben ja beim letzten Mal festgestellt dass wir dass wir vielleicht hier ein leeres Lager haben weil hier keinerlei Leute zu sehen sind normalerweise siehst du ja Leute herumlaufen aha wir sind schon wieder gestohlen von Banditen hier im was ist das hier oh Gott ich kenne mich ja gar nicht mehr aus im Westen hier unten also das Lager ist weg und das hier ist wieder da na gut richtig lohnt tut sich das anscheinend nicht anscheinend ist es besser wenn man diese diese Banditen vielleicht einfach nur tötet aber die Lager stehen erst bisschen zu weit gelaufen hier aha und weil die ja dann ansonsten wieder spawnen neu und dann musst du die ja wieder quasi neu erledigen von daher es ist vielleicht gar nicht mal so schlecht guck mal ich glaube nicht dass von dieser von diesem Banditen Lager auf unsere unser Dorf hier ein Angriff stattfand guck da ist niemand da niemand zu Hause das ist perfekt für uns niemand zu Hause der uns hier belästigt wir bekommen hier nochmal entweder wieder ein bisschen Geld oder in meine wir machen mal in meine Schatzkammer jetzt damit 126 Gold haben wir bekommen okay na gut dann könnt ihr wieder nach Hause laufen das heißt mit zwei so Banditen Camps könnte man vielleicht sogar schon dann hier die neue Region bevölkern wir sind hier oben aus ich jetzt auch keine Truppen ja doch hier sieht man die Truppen wieder hier sieht man die Truppen wieder so das Lebensmittellager ist voll bitte was Lebensmittellager ist voll Lebensmittellager ist voll ach tatsächlich ja die ganzen Bären sind hier drin hei 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 unsere Bärensammlerin die liegt hier aber ganz schön vor meine Güte mittlerweile müssten ja auch hier schon so Kräuter da sein genau 64 Kräuter 116 Schuhe Leder ist null aktuell ja das liegt halt jetzt daran dass wir hier dass wir hier alles gleich zu Schuhen verarbeiten aber sie haben alle noch immer diesen Bekleidungs dieses Bekleidungsbedürfnis komplett befüllt also auch das passt also anscheinend muss man gar nicht mehr das komplette Leder vorhalten damit die Leute auch selbst noch Leder holen können vielleicht kann man es so interpretieren dass quasi dass quasi Leder Schuhe auch schon das Bedürfnis nach reinem Leder befriedigen so würde ich das jetzt einfach mal interpretieren können wir denn dieses Lager nochmal upgraden wir brauchen nochmal 10 Bretter momentan habe ich keine 10 ich dachte wir hätten das schon mal aktualisiert aber anscheinend nicht wir haben 3 Bretter ja dann warten wir mal ab wir verbrauchen aktuell glaube ich Bretter für die für den die Schilde hier drin ist es nur Eisenbarren die sind ja sowieso jetzt dann gehend zur Neige was man machen könnte ist wir könnten hier mal umstellen auch auf den auf die Stangenwaffen dann bräuchte man auch wieder Bretter noch hier drüben haben wir die kleinen Schilde das pausiert oder was ist hier Schuster achso Schuster Werkstatt er hat die Schilde für sich eingelagert was ist denn mein Feilmacher Tischler da ist er ah der braucht auch Bretter ja genau kann man denn jetzt mal nachschauen wie viel Zeug wir haben wir haben 0 kleine Schilde 14 große Schilde Seitenwaffen habe ich 28 wir pausieren mal die Schmiede hier vorne jetzt gucken wir mal rein die schon wieder zu hause wir lösen euch mal kurz auf dann könnt ihr nach hause laufen und dann brauchen wir hier kleine Schilde noch gemacht werden müssen das ist halt schwierig wir brauchen vielleicht dann große Schilde für die anderen dann können wir mal eine Armee erstellen noch die letzte Armee für die Stangenwaffen Miliz die braucht ah die braucht nur die Stangenwaffen das heißt man könnte in der Schmiede einfach mal jetzt umstellen auf die Stangenwaffen man braucht jetzt auch Bretter aber vielleicht können wir dadurch jedoch ein bisschen was ausgleichen an Truppentypen und ja ich denke mal wir produzieren ja doch ganz viel Bretter dass wir dann vielleicht auch noch dieses Upgrade machen können 10 Stück ja wir haben wir oh Gott Gott die Kamera manchmal verspringt sie einfach wir werden mal die Schmiede deaktiviert lassen und werden erst noch das Upgrade machen für den Nahrungsspeicher und dann werden wir hier wieder die reguläre Produktion aufnehmen ich muss mal kurz die Katze rausschmeißen keine Aufnahme ohne dass man die Katze im Hintergrund Schein hört ich habe keine Ahnung was ihr was ihr von mir haltet als würde ich die Katze hier äh quälen und was auch immer noch aber keine Sorge der Katze geht es gut ich schmeiß sie mal raus so dann gucken wir mal Lebensmittellage allgemeines Lages auch voll da ist noch alles gut also hier bräuchte man auf alle Fälle noch irgendwie ein bisschen mehr Produktionsübersicht auf das man vielleicht ein bisschen besser einstellen kann welche Limits man haben will bei der Produktion das würde ich mir wünschen so verbraucht hier sonst irgendjemand Bretter noch oder was ist hier los Sägegrube was ist los mit euch hier geht nach Hause was soll das denn wieso wird hier nach Hause marschiert wenn wir noch Häuser upgraden das hier vorne ist fertig gebaut da können wir noch eine Person reinsetzen ansonsten ja wir könnten ja zum Beispiel hier auf der anderen Seite auch noch ein paar Städten bauen weil das ja wieder ja wobei wir können ja produktionsmäßig dass wir die hier vielleicht noch setzen so oder hätten wir hier oben wir können auch hier oben noch ein paar Häuser setzen vielleicht ein bisschen größere Häuser mit Anbau so Wildbeuterhütte ja die haben jetzt ein bisschen Schaden genommen weil die jetzt nicht mehr abtransportiert werden diese Bären weil das Lager voll ist aber wir warten mal auf die Bretter irgendjemand verbraucht noch Bretter ich weiß allerdings jetzt nicht mehr wer der Pfeilmacher der Pfeilmacher ist aber auch pausiert Wusterwerkstatt verbraucht hoffentlich keine Bretter Tischlerei ah Moment die Tischlerei ist ja gar nicht pausiert jetzt siehst erst so dann die Armee des Herrschers wurde geschichtet gesichtet im Norden irritiert immer auch ein bisschen dass man hier Meldung bekommt obwohl das am anderen Ende der Karte ist kommt nochmal Familien komischerweise hier oben aktualisiert sich nichts Brauerei war das ach das war die Brauerei nochmal das heißt ich habe jetzt hier doppelte Leute an Brauerei dann jetzt zwei Brauer das ist ja viel zu überdimensioniert oh das ist natürlich ok also bei den bei den regulären bei den regulären Industrie vier Wohngebäuden sollte man vielleicht auf das Upgrade erstmal verzichten wenn man es nicht braucht weil das nimmt uns natürlich jetzt die Familien weg und wir können das hier gar nicht so wirklich nutzen dass hier zwei Leute arbeiten so sechs Bretter jetzt geht es wieder etwas aufwärts perfekt und dann gucken wir mal oben werden ja aktuell keine Bretter benötigt sondern nur die Stämme Bretter werden hier nur für die für die Upgrades benötigt nicht mal oder ne nicht mal für die Upgrades Gemüse oder Hühnerstall wir haben 220 wir machen mal was habe ich denn noch hier Eier sind da Gemüse ja vielleicht nochmal ein bisschen Gemüse aber ich würde mir diese Sachen erstmal sparen jetzt dann werden wir uns noch ein bisschen dem Handel widmen sobald wir das Upgrade hier bekommen das dauert noch ein bisschen wir können uns ja schon mal anschauen was es hier für ein Gebäude gibt zum Handeln es gibt zum einen den Handelsposten an sich der handelt mit Wanderhändlern als auch mit Handelspunkten hier drüben und muss natürlich an einer Straße platziert werden und wir benötigen dafür dann dieses Regionsvermögen damit wir entsprechende Handelsverträge freischalten können und dann gibt es noch den Viehhandelsposten und der sorgt dann dafür dass wir entsprechend mit Vieh wer jetzt gedacht handeln können und dann vielleicht auch später mal eine Viehwirtschaft aufbauen können könnte man sich zum Beispiel mal auch eine zweiten Ochsen dann genehmigen dafür wäre aber ein Upgrade hier auch ganz gut für unseren Anbindebalken hier vorne ach jetzt brauche ich hier wieder Bretter verdammt na gut wir haben 14 das heißt wir können hier auch schon das Upgrade machen sehr schön gut und dann bauen wir uns mal einen Handelsposten den Handelsposten ich weiß gar nicht ob man den jetzt an diese Hauptstraße setzen muss wir setzen den mal hier unten ran direkt ins Industriegebiet oder ans Lagerhaus vielleicht sogar hier ran und dann wird der hier gebaut hoher Priorität oh wie viele Prioritäten gibt es denn hier Mittel dann gibt es hoch sehr hoch und höchste Priorität so Gebäudeverbesserung kleiner Stall war hier oben passt auch für die dritte Stufe bräuchten wir noch Stufe 3 oder höher ja das geht halt leider nur wenn wir dann auch mal Bier anbieten können Moment ist hier Weizen schon geerntet worden wir haben ja schon Weizen Leute der sagt den Kerner was wir jetzt aber schnell die Windmühle besetzen und den Gemeinschaftsofen besetzen hier wo liegt denn der Weizen hier 15 Weizen hier oben auf dem Feld noch 44 hier kommt der Flax rein und hier kommt schon die Gerste rein oh jetzt ist es aber hier das ist ja fantastisch jetzt brauchen wir für die Gerste brauchen wir noch die Melzerei die habe ich ein bisschen vergessen jetzt komme ich hier in Stress okay wir müssen den Handel wahrscheinlich noch ein bisschen verschieben dann die Melzerei sorgt dafür dass die Gerste dann zum Malz verarbeitet wird das machen wir hier vorne wenn das möglich ist so einmal gleich mal auch auf hohe Priorität setzen und dann werden wird diese ist die Maische dann die wird dann hier rüber gebracht und in der Brauerei verarbeitet und gleiches passiert dann hier oben mit mit dem Weizen der hier dann in der Windmühle gemahlen wird zu Mehl und dann verarbeitet wird zu Brot wobei ein Brot Gemeinschaftsofen auch erstmal reicht hier und der Flax der wird momentan auch noch nicht verarbeitet 27 Flax haben wir bekommen der Flax der wird verarbeitet in der Weberei den könnte man oh das wäre ja toll passt direkt wunderschön hier oben rein guck dir das an hat gleich hier einen Weg gemacht zum Feld hoch auch ganz schön und dann bekommen wir hier von der Weberei die Leinen bekommen wir hier Wolle stellt Garn her und Flax gibt Leinen so ist das schon fertig gebaut sehr hoch alles auf hohe Priorität wie man gelernt hat je höher die Priorität einfach alles auf hohe Priorität setzen dann läuft auch alles ganz schnell ab sehr gut so das der Handelsposten fast fertig ab und zu reden die Leute auch ne zwar in englischer Sprache aber sie lassen uns manchmal wissen was sie gerade denken hier jetzt gucken wir mal wie hier angepflanzt ach der ist aber schon ganz schön angepflanzt worden hier oder das ist neu hier oben jetzt da waren die Förster aber sehr aktiv so der Handelsposten ist durch wir müssen noch ein bisschen warten mit der Zuweisung weil wir nur zwei Familien haben das heißt wir werden hier oben definitiv nochmal Wohnraum erweitern und wahrscheinlich nochmal Häuser bauen wo würden denn noch schön Häuser reinpassen außer jetzt hier unten vielleicht hier diese Strecke hoch ne dass wir hier nochmal Häuser bauen wie schon wir werden doch doch wahrscheinlich doch mal eine Folge an fügen müssen hey da ist wieder ein Industrie.. äh ein Wohnkomplex hier der ist mir ein bisschen zu groß ehrlicherweise so dann setzen wir das hier rein L3 wie viel Bauholz ist noch da 31 Stück perfekt so und hier wird schon wieder angepflanzt also das System mit Anpflanzen mit Pflügen und Anpflanzen ich habe es ehrlicherweise noch nicht so ganz verstanden weil hier mehrmals im Jahr das gemacht wird also ich glaube nicht dass das jetzt noch was wird es wird zwar angepflanzt das ist ein bisschen komisch weil das natürlich jetzt auch wieder Arbeitskraft wegnimmt es wird zwar angepflanzt aber wir haben ja schon November und das heißt da wird jetzt nicht mehr so viel wachsen wahrscheinlich gar nichts mehr wachsen denke ich mal Manditenlager entdeckt oben, aha und das müsste nochmal ein bisschen überarbeitet werden dass sie sich gar nicht mehr die Mühe machen hier überhaupt die Felder noch zu bestellen so und jetzt gucken wir mal wenn die ersten Gebäude fertig sind Melzerei hier und der Brauerei geht ja noch nicht die Weberei hier oben dann hoffe ich mal dass wir hier wo liegt denn das ganze Zeug liegt das hier oben noch drin ah hier liegen noch die 59 Weizen und die Gerste so was ist hier los achso ich habe wieder den Bug ich habe wieder den Bug mit den Nullen ich könnte mir vorstellen hat das was damit zu tun mit der Geschwindigkeit vielleicht ach guck an die Tab-Taste habe ich auch noch nicht entdeckt jetzt sieht man auch hier was hier schon alles ausgebaut ist und was nicht sehr sehr schön das war die Funktion die ich eigentlich hier im Tooltip gerne hätte dass man hier gleich sieht ob alles ausgebaut ist oder nicht oder ob man noch was ausbauen kann jetzt gehe ich mal ganz kurz raus ob sich da jetzt was tut mit der Aktualisierung wir warten mal wieder vielleicht in einem Monat aktualisiert sich das hier oben wieder November der Weizen wächst immer noch hier seht ihr das 11% aber Ertrag ist hier 0 und das baut sich meines Wissens jetzt dann auch im Winter wieder zurück 12% weil es nicht mehr fertig wachsen kann also da gefällt mir zum Beispiel das System von Fast Frontier besser mit der Feldwirtschaft wo du wirklich deliziert einstellen kannst wann was angepflanzt werden soll vielleicht wird das ja auch noch überarbeitet hier so wie sieht es jetzt habe ich überhaupt keine Baumeister mehr das ist natürlich okay dann nehmen wir mal ein paar Bauern hier raus achso ich habe natürlich Baumeister wir haben natürlich Baumeister allerdings werden die nicht angezeigt so dann hoffe ich mal dass vielleicht der Dezember hat sich jetzt auch nichts getan muss ich jetzt nochmal neu laden oder was ist jetzt hier los Mensch so der große Speicher ist abgeschlossen das heißt wir haben hier wieder massig Platz um Sachen einlagern zu können perfekt es ist echt blöd dass du nicht mal hier im Tooltip nachgucken kannst ob was hier liegt gerade jetzt im Winter so die Melzerei ist fertig wir werden eine Familie zuordnen und dann wird hier schon die erste Gerste eingelagert und wird hier ordentlich was macht man denn hier wird die gedroschen verbrannt die brannt gekökelt geht so schnell auch ne jetzt kommt hier das Malz rein und wird hier schön gebraut wir werden mit einem dieser Gerstenfelder bei weitem nicht unser Dorf hier so befriedigen können dass hier jeder was zu trinken bekommt dem ist nicht so aber zumindest man sieht mal ein bisschen was ist denn hier für eine Verfolgungsjagd achso man sieht zumindest dann schon ein bisschen jetzt wie es funktioniert ich guck mal wenn ich raus gehe auch nicht aber ich speier mal kurz ab und lad den Spielstand nochmal neu und vielleicht können wir damit den Bug wieder ausmerzen ja jetzt passt es wieder so hier vorne in der Weberei muss noch kurz fertig gebaut werden dann könnte man die letzte Familie hier noch reinsetzen ok keine Ahnung was hier höhere Priorität noch hat als die Weberei derzeit müsste eigentlich nur jemand reinlaufen zum arbeiten weil die Baumaterialien schon da sind ja gut ultimative Baupriorität haben wir jetzt hier bitteschön demnächst jetzt dann vielleicht sie alle aber auch immer daran vorbeilaufen na gut dann müssen wir noch ein bisschen warten ich glaube nicht dass die Sachen kaputt gehen und dann werden wir mal ganz kurz hier reinschauen ah Mist wir müssen ja noch gucken wegen wegen mehr Familien wir brauchen noch ein bisschen mehr wir könnten hier oben am Bauernhaus hier die rausnehmen möglicherweise ist hier immer noch der der Weizen drin 26% bin verwirrt wieso der immer noch hier mal gucken ob der noch steigt 27 Ertrag 4 ist jetzt auch nicht so viel aber ich glaube der wird jetzt dann wir haben schon Januar der wächst der jetzt hier durch hier ist er nämlich komplett weg seht ihr das also hier ist er eigentlich komplett weg hier auch aber der Weizen dem ist das egal der Weizen wächst hier gnadenlos durch was richtig gut ist gefällt mir so hier oben wurden noch Verbesserungen gemacht oder sind noch aktuell in Planung Fleisch ist da Brot fehlt halt noch aber Brot müsste ja dann auch mal kommen Brot ich denke mal das Brot auch sehr schnell verbraucht wird mal hier rüber ob hier schon Brot eingelagert ist Horn ist drin Mehl ist drin es müsste zumindest dann hier vorne verkauft werden ich glaube Brot wird so schnell weg schnabuliert das mögen die Leute so Weberei ist auch fertig gebaut das heißt wir können auch hier schon mal ein bisschen Arbeiten verrichten lassen ist auch ganz gut und hier sind die Upgrades fast fertig für die Familien für die zusätzlichen ja komm wir machen hier doch nochmal was rein den Ziegenstall vielleicht nochmal für Leder also für heute weil wir uns das auch leisten können aktuell zumindest dann wird das hier eher so eine Aufräumfolge jetzt noch kurz bevor wir dann jetzt hier in den Handel noch starten und dann passt das schon was kostet es mich wenn ich hier dieses Herrenhaus baue 20 Bretter vielleicht dass wir das im nächsten wir brauchen ein kleines Dorf dafür Moment erforderliche Siedlungsstufe kleines Dorf so das ist gar nicht gesperrt wir sind ja jetzt schon ein großes Dorf das heißt es fehlt eigentlich nur noch an den Brettern vielleicht dass wir das auch noch einplan dann gucken wir mal so hier vorne nicht vergessen die Schmiede wieder zu aktivieren oh ich kann hier schon auf Stufe 3 verbessern liebe Leute dann machen wir das doch gleich mal also anscheinend gab es jetzt hier schon ein bisschen genau es gibt schon Bier dann können wir hier schon verbessern aber es fehlt noch ein bisschen an Bretter aber zumindest ein erstes Häuschen und vielleicht schaffen wir es noch dass wir zwei weitere Häuschen auf Stufe 3 bringen und in die nächste Stadtstufe Stadtstufe oder Dorfstufe aufsteigen es ist dann eine Kleinstadt oder? Kleinstadt ja aber ihr seht schon das ist sehr wenig Bier das ist dann letztendlich schon ein bisschen ein bisschen zu wenig für unsere Stadt so Waldbrand wird beansprucht guck hier oben natürlich hat er schon wieder 1000 Prestigepunkte keine Ahnung woher wir dümpeln bei 290 ich habe auch ein bisschen Vermutung vielleicht 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 kümmert der sich ständig um die um diese Banditen Camps und bekommt deswegen Prestige das könnte ich mir noch so erklären dass das hier deswegen der Fall ist andernfalls verbuche ich das einfach mal unter Cheaten so jetzt wird hier ausgebaut das geht auch sehr sehr schnell hier guckt euch mal an das ist auch ein ganz schönes prestigeträchtiges Handwerkerhaus hier meine Güte sieht ein bisschen aus wie die übergehängten Häuser bei Brie in Herr der Ringe ich habe schon wieder den Bug das ist schon wieder hier, wann ist das denn immer hier? so jetzt gucken wir mal was wir hier noch brauchen hier ist eigentlich nur noch ein Bauholz Mangelware ich gehe mal davon aus dass wir noch Bauholz haben und dann können wir uns hier mal an einem wunderschönen Stufe 3 Häuschen ergötzen so was ist mit dem Weizen hier oben, komisch aber also der wächst anscheinend auch durch den Winter durch na gut, das soll mir recht sein hier wird schon wieder gepflügt das ist auch ganz gut aber dadurch dass wir natürlich auch wieder ein bisschen Pause machen müssen weil die Felder wieder brach liegen müssen damit wir Fruchtbarkeit zurückbekommen ist das natürlich schwierig dass wir hier mit der Landwirtschaft unter diesen Bedingungen auf einen grünen Zweig kommen so, also das sieht auch schon mal ganz ordentlich aus sehr schön der Stall ist oh wir können hier direkt ein Ochsen anfordern wir probieren das mal ich habe das bisher immer über den Viehhändler gemacht also über das zweite Gebäude das ich euch schon gezeigt habe hier den Viehhandelsposten den wir auch gleich mal hier vorne heransetzen aber man kann den hier für den kleinen Stall auch anscheinend direkt bestellen oh wir hätten auch ein Pferd ordern können oh der wäre ein bisschen teurer gewesen aber ist wahrscheinlich auch ein bisschen schneller unterwegs so ist das schon fertig gebaut nein noch nicht geht anscheinend immer noch an möglicherweise der Ochse hier nochmal die höhere Priorität damit der Ochse hier die Sachen rüber bringt es fehlt ja nur noch an ein bisschen Bauholz wir werden den Ochsen mal beobachten was er macht wo er hinläuft wo er hinläuft er macht erstmal Pause wo ist denn da los hier was ist hier los jetzt der zweite Ochse schon da könnte das auch wieder könnte vermuten dass das vielleicht wieder ein Bug ist es wird hier Holz geholt es wird aber Holz immer nur in die Sägegrube gebracht aber nicht hierher wir nehmen mal die Pause raus vielleicht bringt uns das was aber wahrscheinlich ist das egal ach guck jetzt ich hab die Pause rausgenommen und jetzt werden hier die ok das kann auch Zufall sein ich kann ja die Pause nochmal rein nehmen ein Holz fehlt noch mal gucken ob das jetzt geliefert wird so wir haben auf alle Fälle anscheinend jetzt zwei Ochsen seht ihr das da kommt ein zweiter Ochse also wenn pausiert ist wird nichts geliefert merkt euch das komischerweise sind die Bretter und so weiter aber schon geliefert worden das sollte natürlich so auch nicht sein aber vielleicht ja es ist wahrscheinlich der einfach der Bau dann pausiert so würde ich das interpretieren guckt euch mal dieses Prachtgebäude an hier da kann man auch mal im Regen gucken es sieht richtig hübsch aus hier und groß riesig groß mit hier der Werkstätte dahinter noch ja fantastisch schön ok dann machen wir hier mal ganz kurz Schluss eigentlich wollte ich heute was ganz was anderes machen ich wollte ja heute den Handel schon machen aber dann verschieben wir den nochmal um eine Folge dann wird die nächste Folge wahrscheinlich dann die letzte Folge und die Folge verbuche ich jetzt mal und ein bisschen aufräumen und ich habe auch selbst wieder ein bisschen was gelernt ihr hoffentlich auch die Folge endet mal wieder im Regen sehr sehr schade macht aber gar nichts es sieht trotzdem toll aus wir sehen uns in der nächsten Folge daumen nach oben nicht vergessen und Kommentar unter das Video machts gut und bis dahin wir sehen uns in der nächsten Folge 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 wir sehen uns in der nächsten Folge